Ärger mit einer Versicherung. Das kennt im Grunde jeder, der einen Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Es gibt allerdings einen Trick, die großen Versicherungskonzerne in einem kostenfreien Verfahren in die Knie zu zwingen und die eigene Auffassung durchzudrücken. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Moin zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Matthias von der Steuerkanzlei TXT und ich verrate euch heute einen meiner besten Anwaltstricks. Dabei geht es um das Thema Ärger mit der Versicherung. Warum erzähle ich euch auf diesem Kanal etwas über Versicherungen? Naja, wir vertreten in der Kanzlei häufig Mandanten in Gerichtsverfahren und immer mehr unsere Mandanten verfügen dabei über eine Rechtsschutzversicherung. Inzwischen gibt es in Deutschland wohl über 20 Millionen Rechtsschutzversicherungsverträge und ganz häufig sind die auch im Streit mit dem Finanzamt anwendbar. Ärger mit der Versicherung, das kennt im Grunde jeder. Ich selbst sage immer die drei größten Feinde des Steueranwalts, Bank, Versicherung, Finanzamt. In aller Regel haben wir mit der Rechtsschutzversicherung wenig Probleme. Ich würde sagen, mindestens neun von zehn Fällen gehen problemlos durch. Aber dann gibt es zwischendurch immer mal wieder diesen einen Fall, wo sich die Versicherung querstellt. Und dann ist guter Rat häufig teuer. Persönliche Kommunikation mit den großen Versicherungskonzernen ist schwierig. Da hat man selten einen persönlichen Ansprechpartner. Nach meiner Erfahrung helfen Versicherungsvermittler in solchen Fällen auch nur sehr bedingt weiter. Und dann wird es schon schwierig. Dann hat man unter Umständen die Option, die Versicherung zu verklagen. Aber das ist teuer, langwierig und auch mit einem gewissen Kostenrisiko verbunden. Da wäre es doch praktisch, wenn es ein kostenfreies Verfahren gäbe, bei der man die Versicherung noch irgendwie überzeugen könnte. Und so ein Verfahren gibt es auch tatsächlich, nämlich in Form des Verfahrens beim Versicherungsombudsmann. Ich zeige euch das mal hier. Der Versicherungsombudsmann ist also so eine Art Streitschlichter. Wurde damals speziell auch für Verbraucher eingerichtet. Alles ganz einfach handhabbar, auch online auf der Seite versicherungsombudsmann.de. Hier kann man also einen Antrag stellen auf ein Schlichtungsverfahren. Der Ombudsmann wird dann tätig, in einem relativ überschaubaren Verfahren auch. Der große Vorteil ist, es geht relativ zügig. Der Ombudsmann hat den Anspruch, Verfahren innerhalb von drei Monaten abzuwickeln. Und das Verfahren ist für den Versicherten komplett kostenfrei. Alle Verfahren werden hier immer von der Versicherung übernommen. Alle Kosten werden von der Versicherung übernommen. Das hat natürlich zunächst mal unter Umständen so ein bisschen Geschmäckle. Ich habe mir auch mal die Google-Bewertungen angeschaut. Die sind relativ zweigeteilt. Die eine Hälfte ist so gar nicht zufrieden. Seht ihr hier, kann mich in negativen Bewertungen nur anschließen. Funktioniert nicht. Arbeiten Hand in Hand mit der Versicherung. Die andere Hälfte hingegen vollkommen zufrieden. Sehen wir beispielsweise dann hier, sehr schnelle Bearbeitung, vielen Dank, schnell und ausführlich Stellungnahmen erhalten. Also tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Ich persönlich bin extrem zufrieden mit dem Verfahren beim Ombudsmann. Ich kann tatsächlich sagen, in jedem einzelnen Fall, den wir beim Ombudsmann vorgetragen haben, hat die Versicherung nachher nachgegeben. Wie funktioniert dieses Verfahren? Ich zeige euch das mal hier. Das ist relativ simpel. Zunächst mal, bevor man den Antrag online stellen kann, kann man hier fünf kurze Fragen auswählen, um zu schauen, ob der Versicherungsombudsmann auch tatsächlich zuständig ist. Ich glaube, die richtige Antwortenkette ist Ja, Nein, Nein, Ja und Ja. Genau, so müsste das passen. Geht hier darum, dass der Versicherungsombudsmann bestimmte Verfahren nicht führt. Beispielsweise, wenn es sich um eine private Krankenversicherung handelt. Man muss den Anspruch vorher bei der Versicherung schon mal angemeldet haben. Und es muss sich auch tatsächlich gegen einen Versicherer richten. Bei einem Vermittler ist es dann schon etwas schwieriger. Die fünf Fragen kann man kurz mal durchgehen, ob der eigene Fall passt. Und dann kann man einfach online, hier muss man so ein paar Angaben machen zu sich selbst, zu den Vertragsdaten und dann kurz den Fall schildern. Man kann auch Anlagen mit hochladen. Und dann schaut sich der Versicherungsombudsmann das Ganze an. Es gibt eine Eingangsbestiedlung per E-Mail. Und dann hört er die Versicherung an. Was die dazu zu sagen hat. Und wie gesagt, tatsächlich in jedem einzelnen Fall, den wir beim Ombudsmann vorgetragen haben, hat die Versicherung nachgegeben. Hat dann also Kostenzusage erteilt oder was auch immer dann bei der Versicherung gerade beantragt war. Ich vermute, das hat so ein bisschen finanzielle Hintergründe, weil die Versicherer Fallpauschalen an den Ombudsmann zahlen müssen. Und vermutlich ist es einfach günstiger, wenn die dann doch etwas früher abhelfen als später. Mir persönlich allerdings auch so ein bisschen egal, wie das genau funktioniert. Für mich entscheidend ist, dass eben dieses Verfahren tatsächlich wirklich, so meine persönliche Erfahrung, wirklich effektiv ist, sich an den Versicherungsombudsmann zu wenden. Wenn ihr selbst also mal Stress mit der Versicherung gehabt, einfach mal versuchen, den Ombudsmann einzuschalten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.